wenn man hier ein bisschen Überblick holen hier ist aber sonst niemand mehr ja ich denke ich hoffe ich hoffe es eigentlich auch dieser an diesem tag denke ich schon seit einer sehr sehr langen zeit mein körper gibt den geist hä ja ja das habe ich gehört Irish stell dir vor ja ja auch was du nicht sagst Irish ja ja oh mach da Zucker hier also hier das ist ja Zucker was ich hier mache und der nächste bitte alle ja ja wie wenn weihnachten und weihnachten und ostern an einen tag fallen die laufen uns in die flinte naja jetzt haben wir hier noch unsere weapons tot ach du bist auch noch da campieren können wir aber fuck die hätte fast weh getan die hätte fast weh getan ich hole sie mir den hole ich mir diesen wichser wo seid ihr noch scheiß schlitz augen also jetzt nicht rassistisch sehen leute das ist einfach weil das spiel mich gerade so mitreißt ihr wisst bescheid ne also kein stress bitte es ist echt nur weil mich das spiel so mitreißt habe ich eigentlich auch wieder für die ne muni bekommen ne habe ich nicht wo sind denn die wichsers hey muss man sich echt auf den präsentierteller stellen die sind alle tot oder was oder sehe ich das gerade falsch Ah, ah. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Ah. Das reicht mir echt. Macht Boom. Äh. Okay, Ruski, mach das Tor. Ja, 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 ich mach schon. Ruski. Ja, das war's, es öffnet sich. Hey, sing fest, verdammt. Was war das schon wieder? Ja. 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 Wie ich hinein sie rumlege, obwohl sie uns gerätet haben. Ganz ruhig. Ich scheiß auf dich. Du hast uns verraten. Ich kann das erklären. Scheiß drauf. Du wirst nicht loyal. Du arbeitest für Chang. Nein, Chang ist mir scheißegal. Er wollte Jinjays Tod. Es war meine Vision, ihn zu beschützen. Ja, und was hast du ihm gebracht? Er ist tot, verdammt. Nein, ist er nicht. Verdammte Kindsköpfe. Wenn ihr nicht draufgehen wollt, hauen wir es da. Dennt eure Wache. Wir sind nicht ernsthaft in Sibirien. Ich hab was für dich. Du hast das Sichtgerät behalten? Wow, ist das kalt. So wecker sind wir hier. Zettel. Freiheit. Ich bin auf deiner Seite. Ja, klar. Okay, tschuk, 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 tschuk. Mal sehen, ob ich den kalt umlegen kann. Ja, das konnte ich. Bei einem. Zwei. Wir können uns vielleicht von da oben was. Die Gadgets. Die Gadgets sind immer super. Das ist mein Mensch. Wir müssen über diese Brücke. Und dann? Warten da einfach deine Freunde auf uns? Nee, ist gut. Sie wollen. Ah. Okay. Jawoll. 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 Ach, komm. Alle, hoppa. Naja, kein Stress. Kein Stress. Ich brauch neue Gadgets erstmal. Alter, was ist denn das für ein Beat hier? Sick. Sick Dubstep oder was ist das? Sick Dubstep Beats. Tod. Brücke ist gesichert. Brücke ist schon mal gesichert. Das freut mich. Jetzt können wir uns mal da reinlegen. Wo zur Hölle sind wir? Das frage ich mich allerdings auch. Alter. Was? Wow. Granatenwerfer. Granatenwerfer. Lad mich auf. Lad mich auf. Ah, war alles knapp, Junge. Okay, wir müssen weiter. Oh, fick deine Mutter, ey. Oh, ich seh nicht. Oh, wenn da hier was einschlägt, dann bin ich tot. Kein Stress. Boah. Boom. Ja, was sollen diese Sick Beats eigentlich? Oh, ich seh nicht. 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 Alter, geht mir das gerade auf die Nüsse. Man denkt auch gar nicht die ganze Zeit, dass man hier von Helis angegriffen wird. Was? Wo? Fick dich. Alter. Aha. Oh. Oh. Okay. Anscheinend haben die Granatenwerfer ihr Level abgehalten. Einer ist tot. Okay, das war's mit den Scharfschützen. Wo denn? Wo denn? Boah. Okay. Probieren wir's mal damit. Das hat gesessen, Jungs. Alle. Okay. Okay. Ja, machen wir's doch. Sind wir doch dabei, Mongo. Boah. Boah. Boah, der ist eng wieder. Ich wäre fast gestorben. Wegen einem Nobody. Den hole ich mir. Wo geht's hier, Lung? Wo geht's? Wo kann man was abknacken? Hier wollen wir's. Jawoll. Von wo? Okay. Ach, da bist du, Hurensohn. Gold. Aha. Okay. Kein Stress, Jungs. Und Mädels. Wir haben die Seilbahn. Okay. Okay.